Snowboarder Snowboarder haben ziemlich oft genau die selbe Piste gesehen. Sie waren ein bisschen bewölkt, aber da waren es gerade in der Nacht nicht so sehr Sonnenbrand. Der nächste Verletzten konnte aber nicht mehr. Der Chef Weiler, beim Assisterin, beim Assistent Knell. Der Schiefer hier war sehr gut und hat eine Sprudel. Mit vollem Meer, wo man extremste Läschungen bräuchte und wo man alles verbessert ist. Schmäh! 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 Heute fertig, ich kann auch über die richtige Ski nehmen. Du hörst auf die Yeti, die heute noch in irgendein Merchandise. Euer Vlog-Team für längst nur jetzt. Benjamin, Pablo, Samuel, Tom, Sophie und Viktor.